Hallo, alles gut? Heute möchte ich mit dir über die Vorteile von Dr. Cardio sprechen. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, was dieses Nahrungsergänzungsmittel für deine Herzgesundheit tun kann, bleib bis zum Ende bei mir, denn ich werde dir alles erklären. Dr. Cardio ist mit 100% natürlichen Inhaltsstoffen formuliert, darunter L-Arginin, Aronia und Magnesium. Diese Inhaltsstoffe sind bekannt für ihre positiven Effekte auf die Herzgesundheit. Sie können helfen, die Blutzirkulation zu verbessern, den Blutdruck zu regulieren und die allgemeine Funktion des Herzens zu unterstützen. Geberich, das renommierte Unternehmen, das Dr. Cardio herstellt und vertreibt, garantiert die Qualität und Wirksamkeit des Produkts. Die Anwender berichten von einer bemerkenswerten Verbesserung des Wohlbefindens und der Energie nach regelmäßiger Einnahme von Dr. Cardio. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Ergebnisse von Person zu Person variieren können, aber die meisten Menschen sind mit den positiven Veränderungen, die sie erfahren haben, sehr zufrieden. Ich habe auch ein detaillierteres Video gemacht, in dem ich die spezifischen Vorteile von Dr. Cardio erkläre und zeige, wie du beim Kauf direkt beim Hersteller einen Rabatt erhalten kannst. Also klicke jetzt auf das Video, das hier auf dem Bildschirm erscheint. Der Link befindet sich auch in der Beschreibung und im ersten Kommentar. Dort erkläre ich mehr über die Vorteile von Dr. Cardio und wie es deine Herzgesundheit unterstützen kann. Verpasse diese Gelegenheit nicht. In Ordnung. Bis zum nächsten Video.